Meine Selbstüberwindung ist im Grunde meine starkste Kraft. Ich dachte neulich einmal über mein Leben nach und fand, dass ich gar nichts weiter bisher getan habe. Selbst meine Leistungen, und namentlich die seit 1876, gehören unter den Gesichtspunkt der Askese. Und in seinen Notizen? Wo ist noch ein Mensch, den man verehren könnte? Aber ich kenne euch alle, durch und durch. In einem Brief an Peter Gast. Nun, mein lieber guter Freund, die Augustsonne ist über uns, das Jahr läuft davon. Es wird stiller und friedlicher auf Bergen und in den Wäldern. An meinem Horizonte sind Gedanken aufgestiegen, dergleichen ich noch nicht gesehen habe. Davon will ich nichts verlauten lassen und mich selber in einer unerschütterlichen Ruhe erhalten. Ich werde wohl einige Jahre noch leben müssen. Ach Freund, mitunter läuft mir die Ahnung durch den Kopf, dass ich eigentlich ein höchst gefährliches Leben lebe. Denn ich gehöre zu den Maschinen, die zerspringen können. Die Intensitäten meines Gefühls machen mich schaudern und lachen. Schon ein paar Mal konnte ich das Zimmer nicht verlassen, aus dem lächerlichen Grunde, dass meine Augen entzündet waren, wodurch ich hatte jedes Mal den Tag vorher auf meinen Wanderungen zu viel geweint. Und zwar nicht sentimentale Tränen, sondern Tränen des Jauchzens, wobei ich sang und Unsinn redete. Erhellt von einem neuen Blick, den ich allen Menschen voraus habe. Seltsam, ich werde in jedem Augenblick von dem Gedanken beherrscht, dass meine Geschichte nicht nur eine persönliche ist, dass ich für viele etwas tue, wenn ich so lebe und mich forme und verzeichne. Es ist immer, als ob ich eine Mehrheit wäre, und ich rede zu ihr traulich, ernst, tröstend. Und in seinen Notizen, ich bin noch nicht reif genug für die elementaren Gedanken, die ich in diesen Schlussbüchern darstellen will. Ein Gedanke ist darunter, der in der Tat Jahrtausende braucht, um etwas zu werden. Woher nehme ich den Mut, ihn auszusprechen? Drücken wir das Abbild der Ewigkeit auf unser Leben. Dieser Gedanke enthält mehr als alle Religionen, welche das Leben als Flüchtiges verachten und nach einem bestimmten anderen hinblicken lehrten. Nicht nach fernen, unbekannten Seligkeiten und Segnungen und Begnadigungen ausschauen, sondern so leben, daß wir nochmals leben wollen und in Ewigkeit so leben wollen. Nicht auf das ewige Leben, auf die ewige Lebendigkeit kommt es an. Ich bin noch nie im Corinth, ein gemeinsames BELOW-AF-ABBED BELOW-FIGNFAR Shannon. Vielen Dank.